Willkommen auf Showtime Gaming und bei der Auflösung des Gear Rays. Hast du gewonnen? Nein. Oder vielleicht doch? Welche Map ist es denn überhaupt? Lassen wir das Bild klarer werden. Ich, ich sehe das gewisse Nichts. Es ist Ghost Town! Kommen wir zu den Gewinnern. Aber vorher erklären wir noch einmal, wie wir ausgewertet haben. Verlust wurde unter denjenigen, die die Map Ghost Town getippt haben. Solltet ihr mehrmals kommentiert oder mehrere Maps geschrieben haben, haben wir davon nur das erste gewertet. Gewonnen haben... Der zweite Platz geht mit einem Gesamtgewinn von 25 Euro an Rowdy the Boss. Herzlichen Glückwunsch! Und der erste Platz mit einem unglaublichen Gewinn von 50 Euro geht an... An den unglaublich glücklichen Gewinner, dessen Leben nun auf ewig verändert wurde. Go for Gold! Antwortet einfach auf die PN, wann ihr euren Gewinn entgegennehmen möchtet. Wir treffen uns dann auf unserem Teamspeak. Lasst euch aber nicht zu viel Zeit, denn wenn ihr innerhalb von drei Tagen nicht antwortet, werden wir einen neuen Gewinner ermitteln. Aus betriebstechnischen Gründen können wir euch die Taktik heute leider nicht zeigen. Aber nächste Woche ist es dann soweit. Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch vielleicht. Wir sehen uns nächste Woche wieder, zur selben Zeit, am selben Ort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017